Hallo und herzlich willkommen bei B4US. Ich bin Martina. Ja, und mein Name ist Jürgen. Wir sind die Gründer von B4US. Wir haben den Verein vor gut einem Jahr gegründet und unser Thema ist halt für diesen Verein die Artenvielfalt von Bestäuberinsekten in Berlin zu erhalten. Wir haben eine Internetseite, auf der man seine Projekte, die man vielleicht schon zu diesem Thema initiiert hat, also Erhalt von Bestäuberinsekten, grüne Projekte in dieser Stadt hochladen kann. Und Menschen, die sich gerne beteiligen möchten aus der Nachbarschaft, haben da ganz einfach die Möglichkeit, sich dem anzuschließen und gemeinsam unsere Stadt grüner zu machen und eben damit ganz vielen Wildbienen und Schmetterlingen ein Zuhause zu geben. Und wir möchten, dass da viele Menschen zueinander finden, die das sonst vielleicht nicht so hinkriegen würden, weil die sich gar nicht kennen und einfach sich gegenseitig bereichern und viele tolle Projekte selber nochmal miteinander initiieren. Das kann jung und alt sein, groß und klein, also alle möglichen Menschengruppen, die da zueinander finden können. Genau, und wir finden ja auch und haben ja in Berlin noch genügend, obwohl Berlin ja eine grüne Stadt ist, haben wir immer noch Potenzial, seien es die Vorgärten, seien es Baumscheiben, seien es Brachen, die man dafür nutzen kann. Wir suchen jemanden, der drei bis vier Stunden die Woche uns unterstützt und ein bisschen Ahnung hat von WordPress und Lust hat, uns auf diesem Weg zu begleiten. Wir suchen jemanden, der drei bis vier Stunden die Woche uns unterstützt,